mm korek sie jetzt in zu schoen sie kommt zu russer so ein vormitts treue und stehben top motiver pp blöden zwar spieler hat sie zbm kleine Einten das zeug der Bitter das wird sich Nö. Ich kann ja einfach stehen bleiben. 30 Sekunden ist ja schon noch was offen. Ich muss 40 nachladen, also pff. Ich hab noch 20 jetzt. Eben, sage. Geht ja wunderbar auf. Nein, blöde Bulldogger. Mein Spot. Ach, der will keine gute Crew drauf haben. Pop. Top. Top. Tjuuu. Aua. Wir sind alle genau sofort, dass wir offen sind. Wenn man was er fordern kann. T45 stehen. Das ist Defender. Jetzt hab ich noch keinen Spotting gekriegt, Jungs. Welcher Defender? Der, wo ich drüber geschossen hab? Ja, dann muss es wohl der gewesen sein. Ja, mit Sicherheit. Ja, das ist ein Pilot. Was macht denn unser Team bitte, dass die Gegner einfach so hoch fangen können? Wo ist eigentlich unser Team? Also hätten wir irgendwie die 10 Panzer weniger. Pop mal 3 Minuten, dann ist das auch so. Ach, sind es wieder alles die killgeilen Typen, die meinen, wenn sie hinten stehen kriegen sie die Kills oder was? Mhm. Mhm. Ja, die schießt schon mal an ihm. Ah, oh, nochmal getrackt. Ich bin kurz nicht. Nur um um aimen. Wow. Ja, die weichten Spitzen, schnitt du. Also der Reimut hat sich bald bewegt, nämlich nur los. Ja, wenn sich das Zeugs da hinten nicht bald bewegt. Wir haben so viele Panzer, die einfach nur schamlos rumstehen, würde ich sagen. Useless rumstehen. Das ist so zum schönen Schuss, Kai. So zum Mäusemelden ist es. Ich habe einen T49 gekauft. Ich schiesse den Boden rein. Ja, X-Runde, was macht denn der jetzt? Wollt er die Bösche draus drücken, oder wie? Der Pilot haut ab. Halt den. Ja, und ich kriege den Kill nicht. Ich glaube, ich werde mir heute zwei Tokens kaufen. Och, scheiße. So, heute. Geht er morgen noch weiter. Habe ich überhaupt noch genug Geld auf meinem PayPal-Konto? Wenn nicht, habe ich jetzt gerade ein fettes Problem. Oh, du hast einen Postkredit? Auch wenn es peinlich tut. Ich muss gerade schauen. Könnte sogar sein, ne? Alles klar. Der ist bestimmt dort. Da hinten steht noch ein Patton. Das ist erstmal ein Objekt da hinten fällig. Weil wenn der weg ist, bin ich fällig. 54 ist tot. Super, genau das sollte ich werden. Das Objekt, ich komme mal zu euch rüber, ne? Das ist nur ein 95er zu. Da kommt jetzt ne AX rum, das ist nicht gar nicht lecker. Ne, ich bin ja schon am Pforen. Offen. Oh, schön haltig. Schaffst du die Budget? Ich bin gleich tot. Oh, Mist. So steht dann Konk auf offenem Feld. Hey, die Kaukauer Arti halten sich ein Kill nach dem anderen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, weil einer so dumm ist nach dem anderen. So einfach. Oh, der AX ist raus. Halt die. Dann können wir durchatmen. 95? Wie? Komm mit der Artis, komm. Kriege ich vielleicht meine zwei Kills noch. Dann hätte ich mir nicht mal eine Mission geschafft heute. Wir sind aber ja fast AP gewesen, ne? Bitte mir die Artis lassen. Fährt der T590 zum Bier rüber? Ne, der ist immer noch auf seinem Ding. Noch voll? Fast. 800. Äh, nicht mehr fast. Ich bin getroffen. Bin ich aber süß, dass ich das nicht schaue. Nein, 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 bitte nicht. Du kannst doch die andere töten. Ja, hm. Die andere lebt er auch noch. Ja, wo ist die andere? Ich weiß es nicht. Ja, wenn du über Hügel drüber fährst, würde du das ja filmen als sie gestalten, steht sie. Oh, ist das die, die dich jetzt gerade beschossen hat, völlig? Nein. Oh, ja. Wenn jetzt der Bulldog kommt und mir klaut, ne? Ja, ich bin gebounced. Na, hast du Glück gehabt, Hälzer? Ich fasse böse auf dich gewesen. Nee. Mal anhalten. Mach mal auf. Oh. 95. Komm. Oh, sorry. Wir wollten bloß ketten, ich habe dahinter geschossen. Na, jetzt hörte vor. Natürlich, seinbar. Wow. Ach, jetzt haben wir nochmal einen Kill mehr. Ich verstehe es manchmal nicht, ehrlich. Das ist artig. Das ist kein Spiel eigentlich. Kannst du Lotto spielen, dann hast du ja mehr Chancen. Nee, hab ich gewonnen. Ehrlich. Wir wollten nach hinten schießen mit einem Abstand, weißt du? Ja, dann ziehe ich ihn die Ketten dabei mit Splash. Oh, nein. Das Ding geht mitten rein. Oh, nein. Oh, nein. Das kriegt vom TeamSpec-Server-Bug. So, naja. War doch ne gute Runde am Ende. Ja. Kann man ja mal machen. Kann man ja mal machen. Muss man eigentlich auch gewinnen oder muss man einfach nur zwei Kills machen? Nur zwei Kills. Sonst wäre es ja noch... Klubber. Ach, Gott sei Dank. Ja, und es ist nachher die große Frage, wie teuer so ein Token ist. Bzw. jetzt kann er auf dem Handy schauen, wie viel Geld hier noch... 2 Euro und Äpfelstückchen. Ich glaube, das sind ein paar Äpfelstückchen zu viel. Bei 15. Kannst du morgen noch einen Token machen? Machen sie einfach. Ich habe noch 3 Euro drauf. Okay, dann könntest du für einen Token reichen. Na, ich glaube nicht, dass ich... Also das einzige, was ich mit Ketten spekuliert habe, dass morgen wieder so ein Gewinne- bzw. so ein Popelauftrag kommt, ne? So irgendwie sei der Beste vom Team, was XP anbelangt. Das könnte gut sein. Dann wäre es nämlich ein geschenkter Token. Das heißt, den heute muss ich auch noch irgendwie schaffen. Da brauche ich noch 3. Das sind genau die 3 Tage, wo ich in München war. Ist ja auch schön, wenn ihr spielt, wenn man laden würde oder wie. Ja, du bist Lothier, wir sind mit Schälergefecht, Ende. Ne, das sehe ich! Aber... Ja, das Problem ist, ich sehe... Bei mir letztes... Ja, du weißt schon was. Dann gehe ich links gleich. Aggressiv! Ja, ich weiß mal. Was ist Begegnung, es wird doch niemand checken. Und wieder so zwei Helden, die Queers müssen alleine auf die andere Flanke fahren. Ja. Ich. So, dann wollen wir mal gucken. Ihr habt schon nachgeladen? Ja, zufälligerweise. Gut. Oh. Jetzt kann man die Stirn nicht sehen. Also, Uli ist der Stoff auf dem Feld. Boah, schöner Schuss! Ich platz. Oh, oh. Logisch. Danke. Genauso muss es geil. Oh ne, Leo. Es kommt der Leo, aber nicht mich. Boah, da oben steht ein Objekt! Was ist das für ein Bot? Was? Ja, weißt du, weil dorthin geht man eigentlich nicht mit so einem Matchup. Weil es eigentlich klar ist, dass er jetzt gleich weggerascht wird. Aber er frisst so es aus, es geht lieber zuerst ein paar Schellen und dann zu merken, dass er überrannt wird. Schwerschluss. Ja eben, das mein ich. Siehst du jetzt? Ist er nämlich nun gleich tot. Da sind alle Bots, die das Wasser überqueren. Gehen wir nach links? Eben. Hier fällt nochmal was weg. Jetzt kommt auf mich das Schwein. Ha, so ein Arschloch! Hallo, Team! Es ist gebounced. Geschick dir recht. Sind sie jetzt? Ist kein Schwein, oder? Kein Damage an einem. Cool. Der Leo da. Ja, wie sehen wir das Objekt hinter... Ah, eigentlich. Rückengleichter. Ja, fahrt mal vor. Fahrt mal in den Canyon rein. Ryan? Ich treffe dich. Ich bounce am Leo, sag mal. Habe ich ihn gekettet wenigstens? Ne, also ich weiß nicht, könnte sein. 208 Damage habe ich gemacht. Hm, ich treffe auch nix. Ja, ich habe getrackt. Ah. Und jetzt kommt die S3 in mein Kill weg. Ist es jetzt schon, komm. Ist mich noch offen? Hm. Ja, das ist was im Club. Ich kann mich da noch ein drücken. Das ist das Schlimmste. Hm. Ne, 100 jetzt wie weiter, fuck. Such mal dem zu helfen. Ich schaust das Schirm, Feuerkreuz. Ne. Ah, schon viel besser. Ach, das ist ja nix mehr auf der Flanke, doch ein Striffwagen. Scheiß. Ja, Koi, du darfst nicht helfen. Du weißt schon, es geht um Kills. Ist wichtig. Da darf man nicht helfen. Oh, die platzen wie die Weltmeister da drüben. Das ist ein Streifen, Jönchen. Enemy is hit. Enemy is hit. Ach, nee, das Objekt ist vorgefahren. Oh, nee, das gibt's ja nicht, Rebecca, auch nix. Oh. Nicht gut. Mach langsam sein, Bro. Hi, hey! Hi, Bro. Hi, Elieck! Ich Dentro. Ach, sie hat nicht getroffen. Hi Bro! Ha, Verarscht. auch kommen das alles platz ist unglaublich das trifft es unglaublich noch zu streiten ist es ja nicht ernst er säuft sich wow was ein wichser er versucht hin zu kommen nein sowas geht gar nicht naja liebe zuschauer schade darum idioten die sich ersaufen es war noch zwei nette runden schön durchschnittlich zwar jetzt mission nicht geschafft in einem kill aber ich habe eine mission ja dann schaut auch sechs wieder eine haut rein